Na, ich kann trotzdem erstmal hier ein bisschen rumgucken. Ah, siehst du? Naja. Hätte ich schon ein bisschen was anderes erwartet, no? Okay, hier ist gar nichts. Oh. Oh mein, ist das hier alles zerstört, ey. Okay. 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 Äh, was soll ich denn noch machen, ey? Wow, dackere. da Boah Alter Habt ihr das gesehen? Boah Also man darf die Kopfhörer nicht so volle Lautstärke machen, ey Nicht aufgeben Vergiss die Schmerzen Ich dachte ich wäre geliefert Ja, jetzt müssen wir Gschwus treffen irgendwo Kommt der auch mit? Natürlich nicht Wow Ich bin glaube ich richtig, oder? Oh Oh Ich hab's geschafft Ja, hallo Gehen Sie zum Fuhrpark Das wird unsere neue Zentrale Und lassen Sie Wände und Ecken nicht aus den Augen Gehen Sie zum Fuhrpark und leisten Sie Widerstand Gehen Sie Oh 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 ich stelle es erst mal hier keine ahnung was passiert da tut sich was auf meinem radar mach dich bereit sie kommen durch die fenster ach geute ich um erst mal hier ein bisschen leben wo entschießen die denn mhm Nein! Oh mein Gott, ey, das wird schwierig Oh mein Gott, sind das viele Oh mein Gott, das haben wir jetzt erst mal geschafft Sorry, bei solchen Dingern bin ich immer dann etwas leise Nein! Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Lass mich doch leben! Oh mein Gott! Boah! Scheiße! Boah, wir haben das große Fisch getötet, ist das nicht geil? Und ist sogar gleich beim ersten Mal Was, ja, ziemlich selten vorkommt bei mir Hm, gut So, ein Cheater, der hackt sich erst mal überall durch Na gut, dann gehen wir mal wieder Ja, oh, Chaos, oh Ja Äh Was soll ich da machen? Ach so, das muss ich machen Hm Die, die, die Treibstoffdinge abmachen, ja Dass es endlich los geht So, das noch schnell abmachen Ja Ja, immer auf mich, ey, ne Ja, gestorben Ähm Ja, was soll ich sagen Ähm, shit happens Und, ja, bis zum nächsten Mal bei Aliens Colonia Marines